Was ist die Zwangsvollstreckung? Zwangsvollstreckung? So einfach bringen Sie sich aus der Schusslinie. Von einer Sekunde auf die andere. Wie Sie mit diesem legalen Trick aus Herr der Ringe die Zwangsvollstreckungsversuche Ihrer Widersacher garantiert ins Leere laufen lassen? Zwangsvollstreckungen sind nur gegen Personen möglich, die tatsächlich greifbar sind. Das klingt banal, ist aber Ihr Retter in höchster Not. Lassen Sie sich von diesem einzigartigen Ratgeber zeigen, wie Sie mit einem simplen, durchzuführenden, aber völlig rechtmäßigen Trick für alle Ihre Hescher gewissermaßen unsichtbar werden. Was hat denn der Herr der Ringe mit Zwangsvollstreckungen zu tun? Wahrscheinlich kennen Sie die Fantasiesaga. Haben Sie das Buch gelesen? Oder die fantastische Verfilmung? Dann werden Sie wissen, immer dann, wenn es brenzlig wird, steckte sich der Held der Geschichte, der kleine Hobbit Frodo Beutin, blitzschnell seinen Zauberring an den Finger. Was passierte schlagartig? Er war unsichtbar. Vielleicht haben Sie sich ähnlich magische Kräfte schon mal im Rahmen der Zwangsvollstreckung gewünscht? Und wissen Sie was? Diese magischen Kräfte existieren wirklich. Ein simpler Umzug macht Sie für Ihre Widersacher im Rahmen einer Zwangsvollstreckung sofort unsichtbar. Ohne Adresse sind Gerichtsvollzieher und andere Blutsauger die Hände zunächst einmal gebunden. Hätten Sie das gedacht? Ach, so einfach kann es sein, sich in höchster Not fürs Erste jede Menge Luft zu verschaffen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, was Sie beispielsweise im Laufe einer Zwangsvollstreckung beachten müssen, wenn Sie den Notausgang namens Umzug benutzen wollen. Wenden Sie in Zwangsvollstreckung oder anderen Bedulien ruhigen Gewissens denselben rechtmäßigen Trick an, den schon große Unternehmen in englischen Zwangslagen gerne anwenden. Sie brauchen wirklich keine Gewissenswisse zu haben. Selbst wenn Sie Schulden haben und deshalb Opfer einer Zwangsvollstreckung sind, haben Sie kein Verbrechen begangen. Deswegen haben Sie nach wie vor das Recht der freien Wohnsitzwahl, jederzeit und das in der gesamten EU. Diesen Umstand nutzen Unternehmen schon seit langem bedenkenlos aus. Machen Sie es doch genauso und stoppen Sie beispielsweise Zwangsvollstreckungen im Nu. Holen Sie sich weiße Weste durch Umzug und schon haben Sie den Durchblick darüber, in welcher Phase der Zwangsvollstreckung sich so ein Umzug empfiehlt. Sichern Sie sich wertvolle Tipps, wo Sie Ihr Domizil demnächst am besten aufschlagen werden. Entdecken Sie, dass Sie problemlos in der gesamten EU eine neue Adresse bekommen können. Lesen Sie die unglaubliche Geschichte eines Menschen, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland rechtmäßig einen gültigen deutschen Personalausweis bekommen hat. Erfahren Sie, wie Sie auch nach einem Umzug voll und ganz darüber im Bilde bleiben, was zum Beispiel mit Ihrem Geschäft geschieht und vieles mehr. Ich bin dann mal weg. Genau das könnten Sie in höchster Not all Ihren Gläubigern zugrufen, die Ihnen im Zuge einer Zwangsvollstreckung den letzten Nerv rauben. Unglaublich, wie einfach es ist, so eine Zwangsvollstreckung mit diesem simplen Trick für viele, viele Jahre auf Eis zu legen. Und selbst für den Fall, dass man Ihnen an Ihrer neuen Wohnort erneut auf die Pelle rückt, nichts kann Sie daran hindern, denselben Trick ein zweites Mal, ein drittes oder viertes Mal anzuwenden. So kochen Sie Ihre Widersacher genüsslich weich, so lange, bis Sie sich erleichtert mit Ihnen vergleichen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.ervolksonline.de Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher www.ervolksonline.de